Was geht, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Tatsächlich ist es wieder ein bisschen länger her, als es eigentlich schon sein sollte. Ich weiß, ich hatte damals angekündigt, wenn immer regelmäßig Videos kommen, dann kam nichts. Und ich habe Angst, wieder dasselbe anzukündigen und dann es nicht mehr einhalten zu können. Deswegen sagen wir einfach mal, neue Season, aber ist Glück. Die neue Season ist da, Operation Shadow Legacy, 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 Operation Shadow Legacy. Und damit dann tatsächlich auch eine neue Serie von Solo Key Action. In der letzten Season, also in der ersten Season, wo ich mit den Aufnahmen angefangen habe, haben wir nur zwei Videos, also zwei Episoden veröffentlicht. Das war ein bisschen schade, aber ich hoffe, dass wir diese Season mindestens, wenn nicht sogar 100, wenn nicht sogar 200 Episoden veröffentlichen können. Hoffe ich zumindest. Also, die Daumen sind gedrückt, wünscht mir Glück. Und ich würde sagen, wir düppen dann einfach in unsere allererste Ranked-Runde rein und gucken, was dann am Ende dabei rauskommt. Ich habe tatsächlich schon auf meinem Main-Account und auf meinem zweiten Account ein paar Runden Operation Shadow Legacy gespielt. Und ich muss sagen, ich bin überzeugt von der Season. Ich habe ein gutes Gefühl und ich hoffe, dass das auch auf allen meinen Accounts dann zu sehen sein wird. Deswegen, toi toi toi, ohne Abfahrt. Bomb Ranked. Ist da? Auf welcher Map spielen wir? Mittlerweile mit der neuen Season, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, haben wir die Möglichkeit auch, dass wir Maps banden können. Ich glaube, Team Park werden die banden. Ich wäre eher für Outback. Die werden Team Park banden. Dann sollten wir Outback banden. Dann werden wir Team Park banden und spielen wir auf Konsulat. Ah, ich habe nur gesagt, die werden Team Park banden. Wir hätten Outback banden müssen. Es ist immer das linke, was ich mitbekommen habe. Okay, spielen wir also auf Konsulat und hoffen auf ein nices Game. Team Park banden. Can you ping him, can you ping him, can you ping him, can you ping him, I can get him. Bro, I told you, I told you, I'm trash. Oh shit. Oh shit. Jungs, entspannt euch mal, alter. Warum so aggressiv, Habibi? Now probably inside. Stay behind white van. I'm flanking, don't try and die. Jetzt. Fussier. Fussier, Fussier. Lass uns auf dem Luft. Lass uns weg. Schnauze ihn пошuhe. Bist du durch. Spann. Mmisch. Blink. Wissensbergen. Wir bist nur bestie, wir nur verd... . Enfussier. Sonstier Omar. Okay, man, guck ein bisschen und hier so ein bisschen. Oh, ich schieb die da. Ich weiß nicht, wer das war, aber... Was ist die Spiral-Straße oder die sind die Yellow-Straße? Ah, ich hab die doch. Was macht die da oben in Admin? Nein, das macht doch gar keinen Sinn. Sie hat mich gesehen. Oh, I cannot more. Timing, it's me. Ah, ja. Perfekt, die haben auch noch Zero. Nice try. Walk hat hier doch wahrscheinlich noch eine Cam rausgeschmissen. Zu predictable, Habibi, zu predictable. Ah, hier wird eh niemand rausspringen. Aber ich glaube, hier wird niemand rausspringen. Ich muss hier was hin. Und die eine behalte ich. Just in case. Just in case. Hand weg. Warum schaut man immer auf dem Dach? Ah, warte mal. Ich weiß, wo ich die andere hinpacken kann. Das wird zwar wahrscheinlich hier nicht so der Fighter, denke ich, aber just in case. Ah, das wird ein bisschen riskier, aber egal. Ash, go piano and open up the hatch. There's one close right here. Tell me when you open up the hatch, okay? I can get him there. Oh, one doesn't get rich. One doesn't get rich. He's still somewhere in the corner there. There's still someone in the corner still. It was a cap gun. I'm going in. What a- Oh, a cap gun is in the corner. Oh, man. Das war so schlecht. Ich habe aber aufgehört zu schießen, weil ich dachte, er wäre schon tot. He's still top yellow. What a play. Good job, guys. Oh, Bruder. Kehlschüsse für eine Drohne verballert. I don't like this one. Ich bin mir sicher, dass irgendjemand hier in Edmund in irgendeine Ecke hockt. Ich sage es, dass du wie es ist und dann sterbe ich deswegen. Die Valk ist dead. Sonst hätte ich die Valk bekommen. Ich muss einfach die Valk runter. Ich sage es, dass ich die Valken Cash, du denkst, du kannst du einen Elektrified-Things nehmen? Ich kann es. Danke. Danke. Wir haben einen Spurler runter. Oh, das war ganz dicht. Das letzte ist in der Kuchen. Das ist ein Smoke. Full HP. Er ist in der Kuchen, ja. Eine Rotation kann man wahrscheinlich venten. Das war hinter der Bombe. Ist er noch eine Drohne? Schmeiß deine Drohne und dann plant. Wir können in den Runner draus gucken. Wir können nur durch die Kuchen kommen. Oh, da, ich hab keine Drohne mehr. Okay, dann plant einfach. Scheiß drauf. Da, da, du gehst, du hast es gesehen. Oh, da wird es rein, schau mich. 30 Sekunden. Alles gut, alles gut. Du hast Zeit. Plant einfach. Wird du oben sein, über dir. Oder Yellow, 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 glaube ich. Ich höre den Yellow da oben. Er ist Piano, 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 Piano. Da muss Yellow runterkommen. Bruh. Nice try. wir reden nicht drüber Capcom was an Adam kann das echt sein dass von East niemand kommt Bruder die chillt noch im spawn ne Amaro die immer noch im spawn chillt Bruder like Was ein Timing Was ein Timing man I can not more I can echt not more Wäre ich 50 Sekunden später gekommen Hätte ich die Amaro gehabt Bruder da muss ich ganz gewaltig draus Na gut last one long this Longoria Links von dir LinX Okay good job guys Ein Admin, für mich ist es wichtig dass ein Admin niemand ist, also packe ich meine Drohne lieber hier Admin rein. So krabbit, dass du ein Spiral sehen kannst und den kann wenn ihr jemand hochkommen sollt oder nicht. Gehen hier. Hören tue ich auch nicht niemanden, also machbar. Ich habe die Wälder dieses mal hier. Er ist ein Piano Blank In der Sekunde, wo ich jetzt nach rechts pieken werde, wird es von da an jetzt pieken. Die war echt hinter der Bombe. Ey, die sind echt an Orten, wo ich nie erwarte. Wer spielt da Black Car? Jesus. Nice try. Oh man, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Dr. Leto, Dr. Leto. Okay. Okay. Aces on 5, Ben. Oh, das ist ein... Was? Ich dachte, das wäre ein Glas. Der hat mich wahrscheinlich besser gesehen als ich ihn, ne? Ah, das ist ja... Scheiß drauf, Junge. Scheiß drauf, man. I can not more. Aces was yellow. Yellow stirs. Nice try. Nice try, guys. Also, Ladies and Gentlemen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt dem gerne doch einen Daumen nach oben. Abonniert mich, ist kostenlos für euch und lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie euch die Folge gefallen hat. Ich weiß, ihr habt Scheiße gespielt, das braucht ihr gar nicht zu erwähnen. Ich hoffe noch, dass die nächste Runde dann besser wird. Also, in diesem Sinne macht's gut. Bis dann, stays fresh. Bye, bye.